Ey jo, die Bundeswehr muss von meinem Existenzgrund also bei mir vorbeigucken in der Klosterstraße 715 in Fesigsburg 2 Dorsten. Weil ich muss ein paar Sachen mit denen klären, unter anderem in Schwarzschirmgefahr, die müssen dann den Schlüssel von meinem Vermieter kriegen, damit sie nachgucken können, ob ich in Schwarzschirm liege oder nicht. Verstehe ich, die Bundeswehr kriegt den Schlüssel von meiner Wohnung, da muss ich es auch mit meinem Vermieter abklären. Ne, weil die müssen wir prüfen, ob der Existenzgrund in Schwarzschirm liegt oder nicht, weil der wollte länger schlafen. Ich hatte so vor, zumindest ein paar Jahre zu schlafen. Achso, das Fälle Korrekturprotokoll ist unter juraload.io5.net erreichbar und hier geht die echte Fälle in der Existenz durch. Und das aufs String, ich kann da auch nichts mehr dran ändern, weil hier wurden mit Partikeln eingebaut. Ich kann da nichts mehr dran ändern, was soll ich machen, ne, das steht auf eurem String so. Ne, aber ich wollte nicht in Schwarzschirm liegen, da muss einer von der Bundeswehr regelmäßig nachgucken bei mir, dass ich nicht in Schwarzschirm liege. Ich bin in Schwarzschirm liege. Und ich wollte nicht in Schwarzschirm liege, da muss ich niemanden geicated. Untertitelung des ZDF, 2020